Wir haben heute hier die liebe Anke zu Besuch und zwar ist die Anke Business- und Persönlichkeitscoach und ihr Special ist, dass sie dir hilft, aus deiner Selbst- und Ständigfalle rauszukommen in deinem Business und so dich da drinnen unterstützt, dein Business aufzubauen und noch vieles, vieles mehr. Also wenn ihr euch über Anke selbst erkundigen wollt, dann geht auf ihre Website greifwerk.com und die Anke, die hat mich ausgesucht, um ihre Business-Fotos zu machen. Das ist jetzt wie lange her? Bestimmt über ein Jahr schon, ne? Ja, ein Jahr, genau. Und dann habe ich mich jetzt dazu entschieden, die Anke mal zu fragen nach ihren Veränderungen, Veränderungen, die sich also in dem Jahr getan haben, zum Beispiel, ob sie denn durch ihre Fotos Veränderungen an ihrem Business feststellen konnte und jetzt gehe ich eben ins Interview mit Anke. So, was hat sich denn bei dir verändert durch die Fotos im Vorher- und Nachher-Ansicht? Hallo Silke. Ja, ein Jahr ist wirklich spannend. Also krass, dass es schon ein Jahr her ist. Kommt mir gar nicht so lange vor. Was hat sich genau verändert? Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich habe auch vor einem Jahr in meinem Business komplett etwas verändert. Also ich habe eine neue Marke nach draußen gebracht. Ich habe die Webseite überarbeitet, meine komplette Strategie, mein Business-Modell nochmal geschärft und alles aufgestellt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten das Shooting so noch getimt, dass die neuen Fotos mit Veröffentlichung der neuen Webseite fertig sind und damit draufkommen. Das heißt, da ist ganz, ganz viel passiert bei mir. Und ja, sozusagen ist in diesem letzten Jahr hat sich unheimlich viel bewegt. Und deine Fotos oder die Fotos, die du mit mir, von mir gemacht hast, haben auch nochmal zu meiner gesamten Veränderung beigetragen. Also diese Außenwirkung komplett. Also nicht nur das mit der Marke Greifwerk und mit dem, was ich von innen nach außen getragen habe, was schon lange in mir gebrodelt hat. Auch so für mich das Gefühl oder auch so diese Resonanz von anderen, die mich schon eine Weile kennen, immer wieder so auch so Statements wie, dass ich, wie soll ich das formulieren, dass man mich mehr spürt. Das habe ich häufig gehört, dass da eine ganz andere Präsenz ist. Leute, die mich aus unterschiedlichen Kontexten kennen, die auch mehr gesagt haben, wenn sie auch die Fotos sehen, dann ist das mehr so, sie sehen mich da auch jetzt nach außen, wie ich bin. Also wer ich bin und dieses Gefühl für Anke zu bekommen, das war sehr spannend. Also das waren so die häufigsten Reaktionen von anderen auch auf diesen Gesamtauftritt, auch mit deinen Fotos. Und hat sich denn bei dir was verändert? Persönlich sozusagen? Das ist eine spannende Frage. Was hat sich bei mir persönlich verändert? Also für mich diese Momente nach dem Shooting, als wir auch die Fotos besprochen haben, war das, also ich habe davor schon nochmal einen anderen Prozess durchgemacht in der persönlichen Entwicklung. Und als ich die Fotos auch nochmal gesehen habe, das ist ja so Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. So und auch mit dir und die Gespräche, die wir hatten, verändert. Ich kann es nicht so richtig festmachen, aber so dieses, okay, am Anfang habe ich so auf die Fotos geguckt und natürlich kenne ich mein Gesicht. Ja, und ich kenne ja mich und ich gucke auf die Fotos und denke, okay, das Gesicht hast du schon mal gesehen. So und dann aber, es war am Anfang ein bisschen befremdlich, wo das klingt so krass, ne? Aber so dieses, manche Fotos auch, wo du was rausgeholt hast, diese, dass ich da so eine Energie, so eine Präsenz gespürt habe, wo ein Teil, das klingt jetzt irgendwie komisch, ne? Aber ein Teil, der sagt, ja, ja, die kenne ich. Und der andere Teil sagt, jetzt kommt das Foto 5, 6, 7, 8 und es ist immer wieder die gleiche Person mit der gleichen Energie, was ich in meinem Selbsterleben nicht so oft gespürt habe. Das klingt so komisch. Weißt du, wie ich das meine? Wo ich merke, nee, okay, diese Energie, dieses Bild strahle ich permanent aus, weil das waren ja keine, sind ja keine gestellten Fotos, die wir gemacht haben. Und das war für mich nochmal so eine Bestätigung. Ja, guck, das bist auch du. Diese Präsenz und diese Wirkung hast du. Und jetzt kannst du, weil ich ein anderes Bewusstsein dazu habe, sie auch nochmal anders einzusetzen. Das ist für mich so ein... Und das finde ich auch gut an mir. Und das kann ich jetzt bewusster abrufen als vorher, weil jetzt dir klarer ist, dass das, dass diese Facetten so tatsächlich da sind, weil es eben nicht im Fotoshooting gestellt wurde, ne? Also keine, sag ich mal, Sicherheitssachen oder so gestellt, gepost wurden. Und das ist ja, das würde ja dann zu der Nachhaltigkeit gehören. Also wie nachhaltig kann man sich verändern in diesem Fotoweg mit positiven Ergebnissen? Das wäre ja, ja, dass man einfach weiß, das sind die Attitudes, die ich abrufen kann, die immer gut ankommen. Die könntest du quasi auch auf der Bühne als Speaker zum Beispiel benutzen, ne? Genau, das ist so ein Prozess, den es auch anstößt durch das Feedback, ne? Und sich damit gezielter auseinanderzusetzen dann, ja? Durch ein Selbstcoaching, durch Unterstützung von einem Coach da nochmal mit ranzugehen und zu sagen, okay, da sehe ich was, da war so eine Lücke zwischen Selbst und Frempel, zwischen meiner eigenen Wahrnehmung. Und dann sieht man, aber nee, das bin ja ich, das erzählt mir keiner, das bin ja ich, ich sehe es ja. Und da ins Gefühl mit reinzugehen und das zu verankern auch in sich und das mehr zu trainieren, hervorzuholen, zu stärken. Genau diese Seite, die eben da ist und aufgrund von irgendwelchen inneren Prozessen halt vorher versteckt war oder immer wieder vielleicht durch Zweifel oder was auch immer, ja, überlagert wurden. So, ja, ich meine, Selbstzweifel hat ja jeder und dieser Schritt, sich nach außen zu zeigen, das ist ja für die meisten, die ich kenne, Kunden, Kollegen, immer wieder ein Thema, ja, sich nach außen zu zeigen. Und dafür ist es halt wertvoll, so ein Feedback auch über diese Bilder zu haben mit dir in diesem Prozess, ja. Zweifel entstehen ja dann, wenn man nicht sich bewusst ist über die Wirkung und nicht weiß, welche Teile man davon quasi benutzen kann. Also was kommt an, was wollen andere sehen und in welcher Range bin ich auch für mich in dem Außenauftritt sicher. Also das Unsicherheit oder Zweifel, wie gesagt, kommen meistens nur über fehlendes Bewusstsein. Und das ist die Grundlage, an der ich ja für die Fotoshootings arbeite und die dann darüber hinaus auch nachhaltig sind für die Leute. Und deswegen nenne ich das ja Fotoprofilkonzept und Fotoweg. Und das Schönste ist natürlich, wenn man dann zur Entfaltung, auch innerlich zur Entfaltung des, man kann sagen, des wahren Selbst kommt. Das ist aber dann natürlich nur so spirituell ausgedrückt, aber das ist halt das, was viele sagen, ja, ich möchte da mein volles Potenzial haben und ausschöpfen, auch in meinem Außenbild im Business, also in der virtuellen Identität. Und darum geht es bei dem Fotoshooting und deswegen kommen viele Bilder raus. Und du hast ja auch sehr, sehr viele Bilder genutzt bereits. Und dann könntest du ja mal zeigen, wie du die einsetzt. Oder ja, entweder vorher das Album mal, dass man mal so einmal quer guckt. Eine kleine Auswahl und dann nachher nochmal, wie du die zum Beispiel auf Instagram genutzt hast. Also ja, hier genau, hier habe ich jetzt, ich sage mal so, ich habe das ja gefragt, was sind meine Lieblingsfotos? Das war gar nicht so einfach. Und ich habe da jetzt einfach mal ein paar zusammengesucht, die ich auch auf der Webseite einsetze oder wie hier unten links, das Dunkle mit dem Shirt, mit dem Logo drauf. Das habe ich als Profilfoto über meine Social Media Kanäle, dass ich immer da das Gleiche habe. Und das waren jetzt hier so auf den ersten Auswahl aus einer Menge wirklich, wirklich toller Fotos. Jedes Foto ist unterschiedlich, zeigt die unterschiedlichen Facetten. Und das sind so die, wo ich sage, okay, das war jetzt so meine engere Auswahl von den Fotos, die wir gemacht haben. Und du fragtest ja, wie ich das einsetze, also weil ich hier die Fotos nicht nur auf der Webseite habe, sondern auch für Social Media nutze. Und Instagram, warte mal, wo habe ich das jetzt? Sorry, ich zeige es mal eben kurz. Instagram, es eignet sich jetzt jetzt das Gute, das zu zeigen, weil da hat man das natürlich schön in den Kacheln gleich. Da sind wir, genau. Genau, hier ist eben das Profilbild, was ich überall drin habe. Und hier nutze ich das halt für die Posts. Also entweder ich nehme nur wie das hier ein einzelnes Bild oder ich baue es halt um in die Grafiken, in die Social Media Grafiken von mir mit ein. So nutze ich die dann eben auch, um, ja, um da mich einfach zu zeigen, weil ich bin immer noch das Gesicht hinter Greifwerk und so eine persönliche Verbindung zu schaffen. Man sieht halt auch immer wieder an den Reaktionen, dass, wie reagieren die Leute alleine auf, gerade bei so einer Plattform wie Instagram, die sehr fotolastig ist. Wie reagieren die Leute einfach in den Unterschieden, wenn mein Gesicht zu sehen ist mit einem schönen Foto von dir oder wenn kein Gesicht zu sehen ist. Wie reagieren die mehr beim Gesicht? Das ist schon, also dass ich auch hier das Bild alleine, hat sehr viele Reaktionen bekommen. Und es macht sich auch einen Unterschied bemerkbar zwischen einem, wo ohne ist. Und auch wenn ich hier so als Teil nur drauf bin oder im Karussellpost das drin habe, da gibt es häufig mehr Reaktionen. Das ist so, ja. Toll, weil du natürlich auch der Charakter deines Geschäfts bist. Ja, und es geht ja immer auch um die menschliche Verbindung, ne? So, dass da, worum geht es? Es geht um Verbindung aufbauen, Vertrauen aufbauen im Marketing, so. Und das machen wir zu Menschen, so. Und danach entscheiden die Leute auch, dass die Leistung, die ich anbiete, ist das eine, aber dieses, kann ich ihr vertrauen? Habe ich so ein Gefühl? Das ist die wenigsten ja bewusst, das passiert ja unterbewusst, ja. Aber habe ich so ein Gefühl, okay, da stimmt die Chemie, da passt was. Und dann gehst du einen Schritt weiter, ja. Oder hast dich erst informiert und überlegst, ja, aber passt das auch hier so, ne? Das Gefühl füreinander, was wir haben. Gerade bei so einer intensiven Arbeit, die ich mache, ist das ganz wichtig, dass die Chemie stimmt, dass das Vertrauen da ist. Und das nochmal abzubilden über die Fotos, auf denen ich nicht verstellt bin, nicht verkrampft bin, sondern bei denen ich einfach, oder auf denen ich, ich bin, ja, transportiert natürlich ein ganz anderes Gefühl, ja. Und fördert das, dass die Leute, ohne vorher mit mir gesprochen zu haben, eine Idee davon haben, okay, wer ist denn die Person und glaube ich, dass die die richtige Partnerin für meine Ziele an meiner Seite ist. Also Partnerin im Business meine ich jetzt, ne? Also für den Weg, genau, ja. Und merkst du denn, dass da mehr Vertrauen aufgebaut wurde, schon virtuell, weil darum geht es ja, wie du es auch beschrieben hast? Schwierige Frage, weil woran misst man das, ne? Das hat ja unheimlich viele Einflussfaktoren, ne? Das kannst du ja nicht so klar festmachen und sagen, okay, das sind jetzt allein die Fotos gewesen, weil wie gesagt, ich habe auch mein komplettes Marketing verändert. Ich würde auf jeden Fall sagen, es hat einen guten Teil dazu beigetragen, so, aber wie die Veränderungen jetzt sind oder so, ne? Also wie viel Vertrauen sich da mehr aufgebaut hat, das kann ich nicht. Nee, das kann man nicht messen. Genau. Und, ja, sind denn mehr Buchungen reingekommen in dem Jahr? Geht denn deine Einkunfts- und Umsatzkurve nach oben, hoffe ich doch? Schräg, geil. Ja, auch das, ne? Wie gesagt, ich habe ja vor einem Jahr komplett mein Konzept geändert und das trägt ja auch dazu bei, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass anhand der Fotos direkt das der Einflussfaktor war, warum ich einfach viel mehr Angebote verkauft habe, ja, oder mehr Kunden gewonnen habe, weil das dieses Gesamtpaket der Veränderung einfach war, ne? Ja, so. Aber ich denke, es hat einfach einen Einfluss darauf, wenn man in seiner Präsenz einfach anders da ist, mit einer anderen Energie da ist und das Einfluss der Fotos auf das Vertrauen der Leute oder auf das Gefühl der Leute, das hat auf jeden Fall einen Einfluss mit darauf, ja? Ja, und das Tolle ist natürlich, wenn man gerade neues Business umstrukturiert, also neues Business aufbaut oder gerade neu in die Selbstständigkeit reingeht, dann natürlich richtig hochwertig die neuen Inhalte auch bebildern. Das ist natürlich ganz toll, hast ja eben gesagt, dass direkt bei dem Start das Ganze, ja, qualitativ ist, das hat das auch einen richtigen Sprung gemacht gegen vorher, ne? Also optisch qualitativ mit deinem neuen Logo, mit den ganzen Dingen, die du vorher hattest schon und deine Greifwerk-T-Shirts zum Beispiel und dann hat das einen richtigen Jump nach oben gemacht. Ja, das war so dieser Boost, ne? Also man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja nicht neu gestartet, ne? Ich bin ja seit 2007 selbstständig und ich habe einfach mich ja weiterentwickelt und die Marke weiterentwickelt und mit Greifwerk war das auch so, dass ich auch da was nach außen getragen habe, was eine Weile schon in mir war und ich habe halt vorher gemerkt, okay, da passt was nicht mehr und habe dann mich intensiv da reingestürzt, Ende 2019 auch mit einem Coach zusammengearbeitet, mit mir da Unterstützung nochmal geholt, um den Kern besser nach außen zu transportieren und auch Unterstützung gehabt für die Webseite, ja? Also, dass das alles viel mehr zu mir, zur Marke passt, zu meiner Botschaft, zu meiner Vision passt und in diesem Gesamtpaket mit deinen Fotos auch und die ja dann auch wirklich on point fertig war, so mit, ah, jetzt, ne? Drei Tage, ich weiß nicht mehr was, eine Woche, die Webseite, bis sie online geht. Dieses Gesamtpaket an Energie einfach, was da rauskommt und das ist einfach immer wieder eine Rückmeldung, die ich bekomme, seit Greifwerk da ist, hat das eine ganz andere Power, so. Ja. Und, ähm, ja. Nein. War nicht, also die Arbeit dahin war nicht einfach, aber hat sich gelohnt. Und das ist ja ein Stichwort bei dir, ist ja auch Power, das ist also das, was man am ehesten auch passend zu deinem Branding mit dir verbindet, ne? Also, Kraft, Power nach vorne und in so einem, in so einem Fliege, Fliegemodus, also so ein, nicht so ein, nicht so ein, so ein, so ein Starfighter, aber du bist, du bleibst immer oben und fliegst kontinuierlich weiter, ne? Also Power und nach vorne gerichtet und, ähm, und ja, das, das ist zum Beispiel auch eine Ausstrahlung, die, die dich halt ausmacht, aber auch auf der anderen Seite dieses Lebenslustige und auch sehr Sanfte und auch, ähm, Mrs. Brain, ne? Ich hab dich immer schon seit Jahren, kenn ich dich ja schon immer Mrs. Brain genannt. Also, da kommt zu, zu allem, zu jedem eine Idee und man sieht es ja auch, wie kreativ du die Bilder in die, in die Texte und Grafiken einbindest, das finde ich so toll. Aber vielleicht kannst du ja die Leute nochmal kurz auf deine Webseite gucken lassen, wie schön hochwertig die wirkt, auch der, das Entree, der Flur. Ja, genau, gerade, ne, ich bin ja fast, arbeite ja fast ausschließlich nur noch, also fast nur noch online oder überwiegend online, da ist natürlich eine Webseite, das Aushängeschild und mit dem neuen Logo dann und deinen Fotos, also das ist sozusagen hier, dass man die mal im Einsatz sieht, ne, wo ich die auch gerade so, wenn man das Business präsentiert, bei vielen ist es immer noch so, dass sie sich nicht zeigen, ne, gerade im Coaching, Berater, Dienstleistungsbusiness, sie sind gar nicht zu sehen und das ist so schade, weil ich zum Beispiel, wenn ich mein Verhalten beobachte, wenn ich mir Unterstützung irgendwo suchen möchte, Dienstleister, egal in welchem Bereich, ich sehe aber gar nicht, welche Menschen dahinter sind, dann gehe ich wieder. Und da gleich eine Präsenz am Eingangstor zu haben, sag ich jetzt mal, ähm, und, ähm, zu zeigen hier auch, ne, das Foto von dir, ähm, die habe ich meistens, also ich habe sie auch noch weiter unten, aber jetzt, dass man so sieht, was im Header ist, ne, dass man da gleich ein Gefühl für bekommt, so, ne, ähm, wer bin ich, wer steckt dahinter und durch diese Wirkung der inner, der, der, meiner Person, das ist ja auch etwas, was ich lernen durfte und immer noch lerne, dieses, es braucht einfach nicht, äh, viele Worte dann mehr, weil da wirkt schon was, ne, so. So, und, ähm, auch, auch hier, das Bild hatte ich hier gerade auch noch im, im Ordner, na, hier auf der Kontaktseite, ne, das ist auch ein sehr schönes Bild, finde ich, was da auch passend war, auch die besprechen mit dir, welches Bild nimmt man wo, ne, weil was will ich auf welcher Seite wie ausdrücken und drüberbringen, ne, so, ähm, das sieht man ja auch schon bei der Auswahl, dass, das auch nicht zufällig ist. Genau, das ist das Stichwort, nicht zufällig, toll, also, wirkt super toll. Ich bin damit auch total happy, wie du, wie du die halt eingesetzt hast, ne, und, ja, klar, hatten wir auch besprochen und teilweise schwarz-weiß, ich hatte ja auch einen riesen Berg Bilder gemacht und die, wo ich dann dachte, die kommen schwarz-weiß gut rüber, die habe ich dann schwarz-weiß gemacht, weil ich ja auch vorher wusste, wie die Webseite aussieht, ne, das ist auch eben gut. Dann konnten wir das nämlich auch teilweise gleich darauf konzipieren und YouTube bist ja auch präsent, da sind ja auch, ähm, oftmals dann Fotos vor deinen, vor deinen Videos. Und kannst du dich, äh, daran vielleicht erinnern, dass du im Shooting ein besonderes Erlebnis hattest, das du mal noch erzählen möchtest, bevor wir gleich fertig sind? Ja, also, das, ähm, das war in dem, wie nennst du das, in der Vorbesprechung, in dem Vorschuting oder Testshooting, das war, ähm, eine Situation, die ist mir, ähm, sehr, sehr in Erinnerung und ich weiß, wir standen bei dir im Atelier in Köln und, ähm, du hast ja deine Einschämung gemacht und musst du erst mal so dieses, da ist die große Kamera, obwohl ich, ich stand ja schon öfter vor der Kamera, auch früher in anderen Bereichen, aber nichtsdestotrotz ist genau in meinen Punkt da eben zu kommen und auch aus Erfahrungen aus anderen Shootings, äh, du hast mit mir nur noch über die Kamera gesprochen, also ihr müsst euch vorstellen, Silke hatte die ganze Zeit die Kamera vor dem Kopf und ich musste mich erst mal dran gewöhnt, dass ich Silkes Gesicht nicht mehr sehe, sondern die Kamera jetzt ihr Auge ist und, ähm, du hast ganz normal mit mir gesprochen, die ganze Zeit hast du mich ins Gespräch verwickelt und, ähm, und dann gab es eine Situation, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, auf jeden Fall wusste ich, okay, jetzt setzt du die Kamera an, du willst Fotos machen und im Nachhinein betrachtet passierte bei mir im Moment so ein, oder habe ich immer das links, rechts, links, rechts geguckt, ich war verunsichert einfach so und meine Frage war, Silke, was soll ich denn jetzt machen? und das, was Silke sagte war, ah, Erwartungen erfüllen, das ist dein Thema und ich dachte, heiliger Bambam, ja, und ich war so, ja, nee, 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 du musst gar nichts machen, du darfst einfach mal sein, mach doch einfach mal, wonach dir gerade ist und das war so ein Volltreffer, weil genau darum geht es ja, das nicht zu stellen und natürlich auf einer Persönlichkeitsebene herauszufinden oder einfach dieses nicht, sein eigenes Ding zu machen, sich zu zeigen, also gerade auch wieder Marketing, nicht sich zu verstellen, auch wenn wir unterschiedliche Rollen haben, aber das, authentisch zu sein, auch wenn das Wort vielleicht für viele schon abgegriffen ist, aber darum geht es und mit diesem Volltreffersatz, den du da losgelassen hast, das war für mich so ein, ah ja, okay, jetzt darf ich hier stehen, ohne was in der Hand zu haben und darf einfach mal gucken, was möchte ich gerade machen und du begleitest nur und das, also nur, ja, ja, das war so ein, das war so ein Schlüsselsatz und davon hatten wir auch viele dann im eigentlichen Shooting und so, dieses immer wieder dieses nur sein und keine Erwartungen erfüllen und nicht überpaisen müssen, weil das hat auch etwas, ohne jetzt dazu tief zu gehen, mit meiner Persönlichkeit zu tun, was ich halt schon früh lerne, gelernt, gelernt habe und versuche irgendwie abzugewöhnen, ja, einfach da zu sein und als Person wertvoll zu sein, ohne zu leisten. Punkt. Das ist toll, der Satz, einfach da sein und durch das wirken, wer man ist, durch die eigene Ausstrahlung und nicht etwas dafür tun müssen, dass man ankommt, gemocht wird, meinetwegen gebucht wird, also nichts, natürlich klar, im Business und man muss dann diese ganzen Dinge erfüllen, aber in dem Moment, wo du dich einfach zeigst, dass du da nicht irgendwas draufsetzen musst oder jetzt besonders lustig oder irgendwie Hose und Licht anschalten, was sehr viele so machen, jetzt muss ich und oder sind im Kopf damit beschäftigt zu kontrollieren, dann, wie sind denn die Haare und wie sieht es denn aus von draußen, weil das kann man ja gar nicht, weil man steht ja nun mal nicht draußen, also warum lässt man es nicht einfach sein, irgendeinen Spagat hinzukriegen, was eh nicht geht, ne? Das ist Sache vom Fotograf, der muss im richtigen Moment draufdrücken und da kann man voll vertrauen und muss sich aber auch nicht für die Kamera zurechtrücken, damit der es leichter hat oder einen drauf tun, weil man dann vielleicht doch besser rüberkommt, sondern einfach dem Vertrauen, was da ist und was da im Gespräch durch die Emotionen entsteht, weil ich ja nicht eine Fotografin bin, die sagt, dreh dich mal nach rechts und mal nach links, jetzt lächle mal, sondern es entsteht alles im Gespräch und in den Emotionen und so wird man quasi auch durch das Shooting und durch den ganzen Prozess, sind ja auch zwei- und dreitägige Prozesse geführt und muss wirklich quasi nichts in dem Sinn machen, dass man irgendwas aus sich heraus generieren muss, was jetzt irgendwie kamerawirksam sein könnte, weil man es ja eh nicht weiß, ne? Also lässt man es gleich sein und geht einfach mit im Flow und da, das fällt natürlich vielen schwer, da darauf zu vertrauen, dass der Kosmos die Dinge in der Zeit, in dem Shooting an dem Tag oder wie man eben gebucht hat, einfach generiert und rausbringt, ne? Und ich sehe natürlich von außen die ganzen Dinge und kann das eben über Emotionen und Gespräche natürlich auch führen und auch, wenn es sein muss, herbeirufen, ne? Ja, und das ist es eben, weil ich habe natürlich den Fokus komplett auf dem, was da rauskommen soll und habe natürlich Ankes Webseite im Kopf gehabt und dann hatte sie mir das auch natürlich diese ganze neue Strategie erklärt, vorher das Logo gezeigt und dann, ne? Wie baue ich da die Persönlichkeit ein, dass es halt so rüberkommt, dass es hochwertig wirkt und auch so die Person rüberbringt, wie Ankes vorhin gesagt hat, halt, dass ihre Ausstrahlung komplett zu ihrem Profil und zu ihrem Branding passt, ne? Das ist meine Aufgabe, das alles durch den kompletten Prozess im Fokus zu haben und den Menschen durchzuführen und insofern kann der sich vor der Kamera zurücklehnen und muss nichts machen und das war das Lustige. Anke hat immer gedacht, ich muss ja was machen. Jetzt kommt die Kamera, da muss ich ja was machen und das geht den meisten Menschen so. Aber du sagst, ist auch noch ein Teil von deinem Leben, von Erfahrung und dann hat das natürlich in dem Moment gematcht, dass man da auch persönliche Erkenntnisse draus ziehen kann und das werden automatisch die Themen oft angesprochen, weil ich die auch in der Körpersprache zum Beispiel sehe. Da sehe ich dann, was dahinter steckt, kann das ansprechen und dann, dadurch kommen auch RHA-Effekte zustande, auch dass man es dann von außen nochmal bestätigt sieht und dann andere Handlungs- beziehungsweise Wirkungsalternativen für sich entwickeln kann und dadurch wird man natürlich freier in seiner ganzen Ausdruckspalette und das kannst du ja so, hast du so auch erlebt. Jetzt gucke ich hier auf meine schönen Fragen noch. Ich würde ja am liebsten so lange mit Anke jetzt noch sprechen, aber wir haben ja ein Zeitlimit. Jetzt frage ich nochmal, warum du ausgerechnet mich ausgesucht hast, um für deinen wertvollen neuen Business-Auftritt die Fotos machen zu dürfen. Warum habe ich ausgerechnet dich ausgesucht? Natürlich, weil ich deine Fotos gesehen habe und ich immer das Gefühl hatte, da ist was anders. Ich habe dir schon lange bevor die Idee war, okay, jetzt gehe ich wirklich vor deine Kamera, habe ich immer das Gefühl, ich kann die Menschen greifen. Es ist ein anderes Gefühl dabei. Und dann hatten wir ja in anderen Kontexten ein paar Gespräche und ich habe einfach dich so kennengelernt, dass du ein Gefühl für Menschen hast, dass du da unheimlich empathische Antennen hast, um den Menschen zu sehen und zu spüren. Und das war mir wichtig. Ich kannte das so nicht, dass das das gibt. Ich habe das aber erwartet, weil ich wollte nicht jemanden, ich sage das jetzt mal so, der einfach nur knipst, wo ich die ganze Zeit den Prozess kontrollieren muss. Und haben wir das noch? Haben wir das noch? Wie könnte das aussehen? Sondern genau eben andersrum. Ja, dieses raus und zeig mich, wie ich bin. Und durch diese Kombination, durch die Gespräche, die wir da auch hatten, und weil ich einfach auch wusste, was du da für ein unglaubliches Wissen auch mitbringst, wo wir uns fachlich ausgetauscht haben, auch da über unsere gemeinsamen Wissensleidenschaften, sagen wir mal so, das war der ausschlaggebende Punkt. Wenn richtig, dann ja. Dann einmal in die Volle. Weil du machst ja auch Persönlichkeitsentwicklungen für Unternehmerinnen. Und ich habe ja quasi eine Kombi aus Fotografie und ist auch eine Art Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeit, die man eben mit dem Shooting nutzen kann. Und es ist eben nicht so, dass, ich kenne das halt von, habt ihr schon oft gehört von Fotografen, die dann, wenn das Shooting in Gänsefüßchen nichts geworden ist, die Menschen haben ja immer Angst, ja, werden die Bilder denn auch was? Dass dann gesagt wird, ja, du bist es quasi schuld, weil du hast ja nicht so gemacht und du warst ja an dem Tag so, da kann ich ja nichts machen als Fotograf. Und das ist eben genau das, was bei mir, was ich so wichtig finde, dass ich natürlich als Fotografin voll in der Verantwortung bin. Und diese ganzen Dinge, wie bis hin, wie sitzen die Haare, wenn die Make-up-Artistin nicht zum Beispiel den ganzen Tag dabei ist, dann, das habe ich, muss ich alles mit im Blick haben und auch die Emotionen und wann wird derjenige müde, obwohl er es selber nicht merkt oder in dem Moment sogar abstreiten würde. Und was wichtig ist, dass man den ganzen Prozess, den ganzen Tag bis zum Schluss durchgeht und dann ist man ja durchaus dann auch schon müde, aber dann ist man auch zur maximalen Öffnung nachher gekommen. Und die letzten Fotos sind ja fast immer die besten, weil man da das mit dem Posen und Stellen dann allmählich abgelegt hat und verstanden hat, dass es nicht notwendig ist und wie man sich aus diesem Reflex, den ja alle haben, befreit. Also dieses typische, da kommt die Kamera und schießt, das kennt man ja schon, seit es eigentlich fotografiert wird. Und das sind Reflexe bei uns, weiß ich auch nicht, warum. Dass man es immer so in die Position stellen. So, jetzt sind wir eigentlich schon am Gesprächsende angelangt von der Zeit her, obwohl wir eigentlich noch Part 3 und 4 machen könnten, weil der Prozess, der dahinter steckt und diese vielen persönlichen Aha-Geschichten sind ja genauso wichtig wie die Ziele, die man sozusagen fürs Marketing hat mit den Fotos. Und man braucht ja nicht nur ein, zwei, drei Fotos für die Webseite, sondern, wie du ja gezeigt hast, einen ganzen Pool auch für Social Media. Und die müssen alle die gleiche Range an Attitude zeigen. Und das sind drei bis vier Wirkungsaspekte, die wichtig sind, nach draußen zu bringen. Und das kann sich natürlich nach ein, zwei Jahren nochmal verändern. Das heißt, da könnte man dann nochmal ein Shooting machen und das nochmal überprüfen. Da wäre noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was du meinst, was man, was du beim nächsten Mal anders oder besser machen würdest beim Shooting oder noch zusätzlich oder irgendwas? Anders oder besser, das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, also spannend wäre es einfach dieses, mit jedem Shooting wird es ja anders. Also mit jedem Shooting mit dir, das wäre für mich der gleiche Kontext dann. Man ist eingespielter, auch so als Team oder in dem, wie sagt man, also in dem, zu zweit, ja, auch wenn man vorher darüber gesprochen hat, aber durch das erste Shooting weiß ich ja trotzdem nicht, wie es abläuft. Die alten Erfahrungen mit anderen Shootings sind dann noch und weiß was ich. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass ich einfach auch noch schneller reinkomme, schneller völlig relaxed bin oder was weiß ich, glaube ich. Und diese Weiterentwicklung auch zu sehen. Also ich glaube, das ist das, was ich so denke, weil dann ist man das gewohnt, man kennt sich, man weiß, wie es abläuft, man hat sich verändert auch dadurch. So oder so bleibt man ja nicht stehen in der Entwicklung. Oder muss sich schon arg Mühe geben. So und von daher denke ich, das wäre es einfach. Es wäre schneller, dass ich drin wäre oder so eintauche in die Atmosphäre. Das glaube ich, so wäre das. Ja, weil genau, Weiterentwicklung, weil die Kamera, die dokumentiert ja jede Entwicklung und jeden nächsten Step. Und das nächste Shooting, das bedeutet nicht nur nochmal schöne Fotos, sondern wieder den nächsten Step, den man in der Zeit, in einem Jahr oder wenn man in zwei Jahren kommt, die Entwicklung, die man da wieder für sich als persönlicher Mensch, der ja sein Business mit diesen ganzen Aspekten verkörpert, die man gemacht hat. Da kann man dann nochmal wieder eine Statusanalyse machen. Wo stehe ich? Was ist neu gekommen? Und dann die Fotos, die dokumentieren das ja en detail, also in mini, mini emotionalen Momenten, die auch vom Gegenüber direkt erfasst werden, also in dem großen, unbewussten Raum, wo wir uns ja heraus orientieren, wenn wir Menschen konfrontiert sind, die ganzen Informationen, die man dann aufnimmt. Wenn die alle in den Fotos drin sind, und das ist ja in dem Fall, wenn man nichts stellt, dann kann man wieder nach draußen seine Weiterentwicklung dokumentieren und auch wieder die weiteren Erkenntnisse für sich sammeln. Und deswegen, weil, ja, deswegen ist das ja so schön, diese Art von Shooting, weil man ja immer dann auf mehreren Ebenen was lernt über sich. Und man hat das, was man erarbeitet hat, da fällt man ja nicht hinter zurück. Man fängt ja direkt bei dem, was bei dem letzten Shooting das letzte Podest war, also der Berggipfel, den man erklommen hat. Von da geht man ja dann quasi weiter, also man fängt nicht wieder unten an am Berg. Und da, beim letzten Mal war es ja so, dass es oben an der Bergspitze nicht weiterging. Und jetzt sieht man dann beim nächsten Shooting, oh, da ist ja noch ein Pfad nach weiter oben. Da gehen wir doch da mal hoch und gucken, was da noch uns erwartet an Facetten und Ausstrahlung. Und das finde ich natürlich auch immer so spannend, wenn ich dann jemanden dann länger begleite, dass sich dann jedes Mal wieder neue Sachen auftun. Und ja, und deswegen habe ich halt diese Kombinationen eben mit psychologischen Dingen und Persönlichkeitsentwicklungsdingen, weil, ja, es ist halt kein normales Fotoshooting, wo von draußen nur abgebildet wird zum Zwecke, irgendwo ein Foto draufzusetzen. Und das hast du ja jetzt auch super schön nochmal geschildert. Da möchte ich mich ganz doll bedanken. Und ja, ich freue mich immer noch so sehr über diese tolle Webseite. Und jedes Mal, wenn Anke wieder neue Fotos nutzt und demnächst werden wir nochmal eine neue weitere Packung aus dem Shooting nochmal raussuchen, die ich bearbeite. Da schlummern nämlich noch ganz viele Perlen drin. Also du kannst immer wieder neu im Abstand von der Zeit immer wieder neue, weitere Fotos raussuchen, wodurch das dann wieder lebendiger und, ne, sie hat jetzt eine Weile die Fotos jetzt benutzt. Sie sind ja eigentlich dann nicht abgenutzt, aber man hat sie eben schon gesehen. Und jetzt ist Zeit, dass wieder neue kommen. Und da werde ich dann nochmal durch das Paket tauchen, durch die vielen Bilder und besuchen neue aus und gucken nochmal, wie das dann wieder frischer wird. Und ich freue mich jedes Mal eben, wenn ich diese schöne Webseite sehe. Also das war auch ein super Vorher-Nachher-Effekt. Dann sitze ich ja wie ein kleines Kind da und bin mich ja am freuen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, das ist für mich ein absolutes Highlight, wenn der Kunde dann total toll aufgestellt, mit allem drumherum, sich die Fotos richtig gut einpassen. Und das ist bei der Anke der Fall. Das ist ein richtig rundes Paket geworden. Und ja, wenn ihr jetzt uns erreichen wollt, dann geht ihr bei der Anke einfach auf die Webseite. Da habt ihr ja eben gesehen. Da kann man sich einen Gesprächstermin sogar per Klick vereinbaren, ne, glaube ich. und unter Kontakt ist das wahrscheinlich oder irgendwo scrollt er dann runter und dann könnt ihr mit Anke über euer Business sprechen, weil Anke das auf eine sehr eigene Art, genau wie ich mein eigenes Jahr aufgebaut habe, macht. Es gibt auch Workshops bei Anke. Es gibt auch, also du machst das nicht nur alles online, sondern man kann, es gibt auch Workshops, wo man sich am Meer trifft und da, ne, richtig in ein konspiratives Business treffen. Richtig. Wenn es dann wieder geht. Wenn es dann wieder geht. Und das ist aber das, was ich halt dann oft so begeistert gesehen habe, wenn Anke wieder mit ihren Leuten am Meer war und was da wieder alles für Erkenntnisse gesprudelt sind. Und wenn ihr mich erreichen wollt, dann müsst ihr mir ganz oldschool eine E-Mail schicken über foto.silkegall.com. Foto wird mit ph geschrieben, weil bei mir gibt es auf der Webseite nicht so einen schönen Gesprächsklickbutton. Noch nicht, vielleicht irgendwann mal ja. Aber bei mir geht eben alles über das persönliche Gespräch. Also man kann nicht einfach schreiben, also man kann es schon schreiben, schickt mir mal ein Angebot, aber da werde ich schreiben. Lass uns erstmal persönlich unterhalten, damit ich überhaupt weiß, wer da was möchte und mich darauf einstellen kann. So, dann bedanke ich mich ganz doll dafür. Hast du noch irgendein Abschlusswort an die Menschen vom Bildschirm? Ich danke dir einfach. Ich danke dir für die Begleitung. Ich danke dir für den Prozess. Ich danke dir für diese tollen Ergebnisse. Und ich freue mich aufs Nächste. Vielen Dank. Also wer das auch gerne erleben möchte, das Shooting einfach bei mir melden. Oder wer sein Business nochmal neu aufmoppen, hätte ich fast gesagt, aufputzen möchte, aufpimpen, der geht dann zu Anke. Und wenn ich da mal so frei sein darf, die Kombination wäre am besten fürs Businessaufbau zu Anke. Und für die Fotos dann bitte zu mir. Dann seid da so super aufgestellt, wie ihr das bei der Anke auch seht. Also bis später. Wir sehen uns vor der Kamera. Tschüss.